Hallo und herzlich willkommen bei RetroGamble. Ich bin heute wieder auf Diagnose entwickelt und heute habe ich das Spiel Avak'n Kaross'Era. Viel Spaß! Hallo und es geht los. So, dann werde ich jetzt erstmal schnell die ganzen... Oh, ich habe meinen Kartell gekriegt. Die ganzen roten Punkte wollte ich gerade sagen, ich habe das auch letztes Mal noch ein bisschen weiter gespielt, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich da gemacht habe. Ja. Und hier fliegt immer so ein Flieger und Mensch, die nervt. Die nervt aber richtig. So. Ja. Roter Punkt. Eiloggen. Okay. Kampf. Den hier. Antreten. Einmal. Den weg. Ich habe noch einen neuen Legendären, aber das ist Level 1. Wo ist denn der? Ist das der hier? War er doch hippisch? Ich dachte, der wäre legendär. Naja. Nehme ich erst für den hier. Herr Oslo. Und ein Krebs. Platten. Ein, zwei Sekündchen. Automatik. Und schnell durchlauf. Das kenne ich auch schon. Bring it on! Das kenne ich auch schon. Das kenne ich auch schon. Das kenne ich auch schon. Gleich nehmen wir den neuen. Also. Also. Ich muss der erstmal aufleveln und dann werde ich die nehmen. Yeah. Fünftrund. Zubi. Wir kommen da gleich wieder hin. Neuer Rekord? Kampagne geben. Das ist bei Gil auf jeden Fall bei Kampf. Merke ich mir. Gil leuchtet sowieso noch. Beschwörung muss ich auch noch machen. Hm. Eine Karte ist Beschwörung. Neu. Gil leuchtet. Oh. Nein. Mist. Ah. Motto kann ich beschwören. 208. Mir fehlt noch zwei Stück. Egal. Normale Beschwörung. Und. Eine begrenzte Beschwörung. Geht nix. Okay. Okay. Aber ich habe Nachrichten gekriegt. Okay. Gelöschen. 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 Fertig. Ähm. 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 Dann schau mal die Queste an. Begleit. Abgeholt. 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 Abgeholt und abgeholt. Abgeholt. Das wird mit G3 noch abgeholt. Perfekt. Helst. Da wollte ich jetzt auch hin. und besuche meinen neuen Superheld, jetzt sage ich mal Superheld. Legendär und episch. Legendär. Erstmal hoffen, bis es nicht mehr geht. Bis Level 20. Befördern. Nice. Helden. Helden, grau, selten. Wer ist auch neu? Oder die? Helete, selten. Grau ist gewöhnlich. Selten. Selten. Elite. Was ist der hier? Selten. Ich habe ein bisschen getäuscht durch den grauen Hintergrund. Also kommt das immer drauf an, auf dieser Ecke was das ist. Gewöhnlich selten Elite. Der ist Elite, den brauchen wir ja gleich nicht mehr. Level 30. Befördern. Oh, das geht auch. Nice. Oh, ich brauche drei. Okay. Das ist schon ein bisschen im Kinn, aber... Helden. Dann werden wir den hier auch mal schnell weiter aufleveln. Hier. Ja! Uuuuuhh! Den? Befördern? Bis auf Level 30 jetzt. Die auch noch befördern. Machen wir schon mal. Und die war nicht. Help! Wir brauchen auf jeden Fall hier. Einen DD noch. Befördern wir auch sofort. Ich glaube, ich werde den einen zerstören. Also ich habe hier einmal. Er ist... Was ist er? Ausrüstung. Klüfen. Klüfen. Da passt eine Klüfe rein. Ich habe keinen. Okay. Info. Angriff. Gesundheit. Verteidigung. Geschwindigkeit. In Crit. In Crit. Da brauche ich jetzt in den hier noch. Als Tank oder ein DD? Das ist jetzt hier die Frage. Ist er hier ein... Tank? Verteidigung 303. Schauen wir mal so. 303 und... Gesundheit 3000. Er ist ein DD. Er ist ein DD. Er hat weniger Gesundheit und weniger Verteidigung. Also ich vermute mal, er ist ein Tank. Und sie hat sowieso weniger Verteidigung und weniger Gesundheit. Oder ich nehme zwei. Er hat aber auch nicht so viel. Er hat aber auch nicht so viel. Okay, er war auch nur diese 16. Der hat auch nicht so viel. Ich probiere mal den hier weiter aufs Level. Sobald ich kann. Und bis auf Level 30. Befördern. Und da wollte ich jetzt in den hier aufwand. Ah, geht nicht. Da ist in der Arena drin. Aber er hat schon mal mehr Gesundheit. Wie die anderen hier. Den hier nochmal anschauen. Und der hat 2400. Ein bisschen weniger wie der Bär. Gut. Also sag ich mal. Der ist ein Tank. Er ist ein Tank. Und... Die anderen DDs. Was auch bei den Org. Da bin ich mir nicht sicher. Könnte auch ein Tank sein. So. Haben wir den Punkt auch abgeschlossen. Liegster Punkt. Hier. Hier. Details. Aufstieg. Okay. Gewöhnlicher Aufstieg. Okay. Gewöhnlicher Aufstieg. Hier. Habe ich hier noch die Band. Habe ich hier noch die Band. Das haben wir hier beim Event. Endet morgen in neun Stunden. Ah, hier. Geld. Gut. Gilde. Kommt jetzt der neue Kampf. Mit den neuen Kämpfern. Der. 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 Und der. Dann schauen wir mal. Wie ist es da? Ja, ich komm gleich. Okay, ich muss gleich aufregen. Mein Essen ist fertig. Da. Ah, der neue Kampf, Kampfkämpfer, hm. Noch Level 4. Gerade habe ich es bis Level 5 geschafft. Ja, aber jetzt komme ich auch weiter mit Level 5. Wow. Einer down. Zwei down. Okay, ich habe ihr noch keine Sachen gegeben. Und? Einer down. Jawoll. Na gut. Auf jeden Fall ein neuer Record. Und dann würde ich mal sagen, das war es schon für heute. Ich beende das Spiel, wenn ich hier raus bin. Genau. Beenden. Habe leider nicht alles geschafft. Aber bestimmt morgen. Ganz einfach. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch nächstes Mal wieder seid. Bis dann, bis jetzt. Viel Spaß. Und auf wiedersehen. Tü-tü-tü